Wir lehnen uns zurück und gönnen uns das Game. Ich sehe hier vorne die Nachrichten im Chat. Schreibt mit, schreibt über das Spiel mit. Ja, ha ha, come on. Come on, Alter. 3 Minuten 30. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, oder? Jetzt kann ich direkt zum ersten Mal hier mein Ergebnis ändern. Keine gute Leistung. Definitiv nicht. 1-1 HSV. Es wird immer besser heute. Es wird immer besser. Super, das freut mich. Ganz, ganz großes Kino. Ohne Scheiße, ihr wollt mich doch einfach noch komplett verarschen. Ich hab grad wirklich in Osnabrück verloren.